In diesem Video, wenn ein Quimax das allererste Mal Burger Pommes probiert, wird es ihm schmecken. Ihr dürft nur einen Daumen nach oben da lassen und ein kostenloses Abo, wenn ihr diesen fetten Burger Pommes-Burger jetzt gerne wegfetzen würdet. Magst du jetzt Burger Pommes? Genau, klopp einfach drauf. Lukas, hoffentlich schmeckt es ihm, ne? Ja, hoffentlich, Leute. Der Crunch, Alter. Magst du das erste Mal Burger Pommes? Ey! Alles gut. Ne, sag ehrlich, wie schmeckt es? Magst du das? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, man schmeckt da kaum was.